Writing Kit angeschaut haben letztens, werfen wir heute mal einen Blick auf Scribe. Scribe ist ein universeller Texteditor für iPhone und iPad, kostet um die 2,39 Euro gerade, glaube ich. Ich starte ihn mal. Und auch Scribe hat Unterstützung für HTML und Markdown. Das hier ist der MyFiles-Dialog. Hier kann man sich jetzt aussuchen, wo man Dateien bearbeiten möchte. Also man kann sagen, die Datei, die ich jetzt erstelle oder die, die ich bearbeiten möchte, sollen lokal abgespeichert werden. In der iCloud oder in der Dropbox, wenn man da seinen entsprechenden Account erstellt hat. Ich wähle hier mal lokal aus, beziehungsweise ich wähle erstmal gar nichts aus. Und wir klicken uns hier oben mal in die Settings rein, oben rechts. Ist ja mal ganz gut, auch einen Blick auf die Einstellung zu haben. Markdown-Support, den kann man bei Bedarf aktivieren, beziehungsweise deaktivieren. Wir zeigen das beim Editieren gleich noch, was sich da dann unterscheidet. Wir können uns aussuchen, ob wir die Federkorrektur aktivieren wollen. Ob wir nach einem Punkt neue Sätze automatisch groß anfangen wollen. Haben Sound-Effekte, wenn wir möchten. Hier unten sind die Dropbox-Einstellungen. Und was wirklich ein Feature ist, was wir so bislang noch nicht gesehen haben, sind die Custom-Menü-Editions. Da klicke ich mich mal rein. Die Sache ist jetzt wie folgt. Wir zeigen das auch gleich nochmal im Text drin. Wir können jetzt hier irgendwas eingeben, wonach uns beliebt. Meinetwegen machen wir mal eine geringelte Klammer am Anfang und dann zwei Striche. Das Ganze soll dann auch wieder damit aufhören. Hier machen wir zwei Striche und wieder eine geschlossene Klammer. Und nennen das mal Kommentar. Die Idee ist jetzt folgende. Während wir, oder wenn wir nachher editieren, dann können wir im Text, ich zeige das am besten gleich mal. Also wir haben uns jetzt hier ein eigenes Menü-Element angelegt. Das heißt Kommentar. Ich gehe hier wieder raus. Das merken wir uns einfach, haben das im Hinterkopf und verlassen jetzt mal die Einstellung hier. Ich wähle lokalen Speicher aus und da einfach mal den Welcome-Text. Das ist jetzt die Edit-Ansicht, also in der ich den HTML- bzw. Markdown-Text editieren kann. Netter Font, netter Hintergrund, funktioniert soweit ganz gut. Sobald ich mich hier reintippe, irgendwo in den Text, das mache ich mal hier, wird mir mein Keyboard angezeigt. Was hier leider fehlt, was wir bei Writing Kit gesehen haben, sind die Extra-Tasten, mit denen sich gleich eine Überschrift erstellen lässt. Hier wird einfach nur das normale Keyboard eingeblendet. Scribe setzt dafür aber auf das Kontextmenü. Und das zeigen wir jetzt mal. Ich schreibe hier mal einen Test rein. Wenn ich den Test jetzt hier markiere, dann habe ich im Kontextmenü gleich meine ganzen Button drin, um den zu einem Link zu verwandeln, Fett zu machen, durchzustreichen, Kursiv zu setzen, etc. pp. Und ich klicke mich jetzt mal hier bis ganz nach hinten durch und da sehen wir Kommentar. Das ist das, was ich gerade eben angelegt habe. Wenn ich jetzt hier raufdrücke, zack, dann setzt er mir vorne und hinten die Klammern hin und die Striche. Also so, wie wir es gerade angelegt haben. Und das ist die Idee dahinter. Also ich kann das jetzt bei anderen Wörtern, dem hier sage ich mal, du sollst bitte fett geschrieben werden. Der sitzt ja wie wir das von Markdown kennen, die Sternchen davor und dahinter. Wir könnten jetzt auch, wenn wir diesen Markdown-Support nicht aktiviert hätten, einfach HTML-Elemente da reinsetzen und hätten halt vor und hinter dem Wort dann die eckigen Klammern und das Wörtchen strong drinne zu stehen. Ja, wenn man hier seinen Text fertig editiert hat, übrigens ganz witzig, ich gehe mal kurz zurück. Oben in der Menüleiste sieht man dann immer, wie viele Buchstaben der hat und wie groß der war. Können wir gleich nochmal zeigen. Sobald man da rausgeht übrigens, speichert er ihn immer automatisch ab. Also da gibt es nicht nochmal einen extra Save-Button, sondern der macht das, sobald man ihn wieder verlässt, den Text. Wo waren wir? Genau, in der Edit-Ansicht. Hier das kleine Auge, rechts oben über der Tastatur. Wenn man da drauf drückt, blendet man die ganzen extra Interface-Elemente aus. Also man verzichtet auf die Statusleiste, auf diesen Pfeil nach rechts und das ist ganz nett, weil man dann einfach mehr Platz für den Text hat. Wenn ich nochmal aufs Auge tippe, so, dann wird das Ganze wieder eingeblendet. Der Pfeil da unten, damit kann ich die Tastatur ausblenden, bekomme oben auch wieder meinen Buchstaben-Count angezeigt. Blende die nochmal ein und er speichert dann gleich das entsprechende Element automatisch ab. Sollten wir vielleicht nochmal kurz zu den Export-Optionen kommen. Ich klicke mal hier unten rechts auf den Pfeil. Da haben wir halt die Möglichkeit, den Text zu kopieren, uns eine Vorschau anzeigen zu lassen. Das mache ich jetzt mal. Das ist quasi der Vorschau-View. Sieht man, da hat er die fetten Überschriften drin. Hier ist unser Test-Element. Das zeigt er jetzt natürlich nur mit diesen Klammern an, weil das kein valides HTML-Element ist. Aber kommen wir hier zurück und haben dann halt die Möglichkeit, noch den Text per E-Mail auszugeben oder auch zu drucken. Ein relativ schlichter Text-Editur, im Gegensatz zu Scribe, der ja noch einen integrierten Browser mit drin hatte und irgendwie die Möglichkeit hatte, im Internet zu recherchieren. Und wie gesagt, mit dieser Sondertastatur, wer es ein bisschen schlichter mag, kann sich Scribe anschauen. Hat uns ganz gut gefallen. Und vielleicht auch hier nochmal kurz zum Abschluss unserem Test-Text, den wir bis jetzt immer in diesen ganzen Markdown-Anwendungen gezeigt haben. Auch hier sage ich mal, zeig mir eine Vorschau, Preview und sehe dann hier, er setzt die ganzen Markdown-Elemente in HTML oben. Hier unten hat er wieder das Zitat schön eingerückt. Wir haben kursive Wörter. Und den Link zu Google, der funktioniert gerade nicht. Das liegt daran, weil hier unten die Klammer fehlt. Da habe ich vorhin was gelöscht. Soviel dazu. Das ist Scribe Universal-Applikation für 2 Euro, um die 2 Euro. Das ist Scribe Universal-Applikation für 2 Euro.